So, ich esse jetzt mal Haribo Quaxi Fröschli. Oh, mit diesen weißen Kramen drunter? Ja. Oh, die kann ich gar nicht ab, wa? Ich kann immer 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Tüten voll essen. Tüten voll essen und dann ist mir irgendwie auch schlecht. Dann ist mir schlecht ein bisschen, ja. Da muss ich halt auf Goldbeeren umsteigen, ne? Für die nächsten 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 15, 20 Tüten. Ich bin da! Ich fliege! Obliterationes! Ich kann meinen Mann nicht bewegen. Meine Maus reagiert nicht. Nein! Jetzt habe ich diesen Bug. Den hatte ich ja noch nie. Davon haben die Leute immer berichtet. Wovon? Er schießt mich, Freunde. Er schießt mich. Ich bring mich um. Hol dann erst die Bombe. Tu was für dein Vater, dann nutze. Komm schon. Ah, das war ich überhaupt nicht. Ich verschwinde. Diese scheiß Granaten, die auf einmal explodieren, wenn sie dich treffen. Wer hat das denn eigentlich erfunden? Oh, ich kann mich bewegen. Ach, das gibt's doch nicht. Wurde beschossen wollen. Ich hole mir jetzt die Bombe. Okay, er holt sich jetzt die Bombe. Der Lauf aber auch zu Nutte. Oh, nicht schon wieder Granaten. Wer läuft hier nicht lang, Basti? Ich nehme den von hinten. Oh, ich habe ihn tot. Ich habe ihn. Ich habe auch einen getötet. Da kommt noch einer. Ich weiß nicht, ob das ein Mitspieler ist. Nein, das war ein Mitspieler. Ließ ich nicht erkannt. Du hast meinen Typen getötet. Deswegen habe ich nur Hilfe bei Kill gekriegt. Ja, stirb, stirb, stirb. Fuck. Das will zu. Töte ihn. Töte ihn. Alter, der stand wirklich in meiner Explosion von der Granate und ist nicht gestorben. Der stand wirklich drin. Also, das war jetzt ganz. Ich steige ins Auto. Okay. Wieso ist denn das fast kaputt? Ich gehe zu Fuß zur Bombe. Wir sitzen im Tank. Ist eher schlecht. Ja, ich merke gerade. Wo fahren die denn lang? Fahren die die Hauptstraße lang? Komm. Ah. Napp. Ne, die sind ganz links außen. Im Norden. Gerade die Hauptstraße voller Quark. Ja, und dann passiert sowas. Das ist dann nicht. Das ist doch einfach nicht zu fassen. Ist der jetzt zu Fuß unterwegs? So, Tank down. Bombe down. So schön. Ich sterbe aber auch gleich. Da ist noch einer dahinter. Warte, 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 warte. He, he. Ausharren lohnt sich. Lass mich doch drüber. Ich kann hier nicht drüber springen, wa? Diese dämliche Scheiße. Dieses Spiel hasst mich. Da ist ein Frosch auf meine Taster zugefallen. Nein. Oh mein Gott. Wasti, fährst du? Fährst du? Nee. Der fährt nicht. Okay, dann fahr ich jetzt. Okay. Scheiße. Ich fahr doch nicht. Ja, die machen das Auto gerade kaputt. Oh, hier ist jemand. Direkt. Hilfe. Kann ich mich verstecken? Wo bist du? Da. Ich versuche gerade. Oh, der Heli hat mich geholt. Bin tot. Ja, der Helikopter auch. Wie sie echt alles auf die Bombe werfen. Oder auf den Bombenträger. Ja. Das ist scheißegal. Ja, Hauptsache. Oh. Dann liefert der sich einen Zweikampf mit dem Heli. Ich raste aus. Gibt es doch nicht. Nein. Wo ist er denn jetzt hin? Haben die Slam es noch geworfen oder nicht? Er bringt es Richtung Alpha. Und hat drei Leute im Schlepptau. Ich habe sie markiert. Aber das ist halt auch niemand. Okay. Der Tank ist gerade ausgeschickt. Warum steckt der Tank aus? Schnell hin da. Nein. Wupp. Bin da. Und wer hat beschossen tot? Den Punkt haben wir verloren. Boah, ey. Ganz ehrlich. Das waren jetzt zehn Sekunden vielleicht. 15? 15, glaube ich, sind es. Das ist jetzt nicht so viel, ne? Muss ich jetzt mal sagen. Wie gesagt, steig nicht bei dem Navy Seal ein, Alter. Ich habe in dem Artikel gelesen, dass da geplant ist, die... Warte mal. Ja? Und wo kommen wir denn jetzt? Oh, nee, Mann. Ich mach doch... Boah, dieser Penner. Weißt du, Navy Seal fliegt uns über deren Base. Ich glaube, jetzt hier keine Autos. Sorry, aber nö. Dann verlegen. So eine Scheiße mach ich nicht. Bitches. Bitches. Being. Around. Ähm. Ah, hör doch mal auf hier. At Navy. Deal. Oh, Basti, du hast dir wieder mal einen super Punkt ausgesucht für mich. Ist doch gut, hier ist direkt die Bombe. Oh, mein Mann. Haben wir ein Auto? Hier ist ein Auto. Ja, ja. Hast du? Hast du? Ich bin tot. Da steht ein Tank direkt geradezu. Und ich habe ihn nicht gesehen. Der fährt jetzt in die Halle rein. Mhm. Und ich versuche da mal was gegen zu machen. Ja, okay. Das war ein Android-Tank. Ist das ein Android-Tank? Android-Tank. Mit OS wäre er sicherlich nicht angekommen. Das stimmt allerdings. Wir haben die Bombe, aber er läuft in die falsche Richtung. Ah! Warum läuft er in die falsche Richtung? Nein! Nein! Fick dich! Ja! Oh, danke, du hast dich gefickt. Oh, wie gut du bist. Da steht eine leere Flugabwehr. Hallo? Bist du behindert, Alter? Fahr doch mal mit dieser Flugabwehr. Oh, jetzt ist er eingestiegen. Jetzt ist er eingestiegen. Oh, mein Gott. Oh, Fahrzeug zerstört. Okay. War voll mit Kram. So. Basti. Geile Schnalle. Hallo. Wo darfst du denn hingehen? Ich habe keine Ahnung, was ich rede. Super-Sniper. Ah, das gibt er nicht. Wo sind die Bombe eigentlich? Ach, da. Keine Ahnung, Mann. Ich werde hier gerade geschossen. Und zwar Hardcore. Hardcorer? Ja. Wir werfen uns gegenseitig Granaten zu. Er hat gewonnen. Oh, ich wurde von einer Android-Pistole getötet. Ah, du hast mich gerecht. Geiler Schwingel. Nein, durch die Kufen. Oder wartet auch, wie man das auch immer beim Heli nennt. Ist der gerade? Ja. Ich wein. Oh, da sind so viele Leute um die Bombe. Ganz nehm. Ja, aber der hat sich auch in einem Bunker verrangen. Der ist in einen Bunker gegangen und wartet dort. Ja, das macht wenig Sinn. Ja, ich dachte, ich bin auf. Ich habe noch nie hier einen Bunker gesehen, muss ich ehrlich verstehen. Oh, es ist für mich immer nicht begreifbar. Ich bewege mich zur Seite. Ich habe gerade erst begonnen, mich zur Seite zu bewegen. Wie kann es sein, dass mir da ein Sniper in den Kopf schießt? Ich weiß nicht, kommt er drauf an. Stand er neben dir oder sowas? Ne, ne, er stand eine ganze Weile, ein ganzes Stück weit weg. Ey, das ist zum Kotz, Mann. Wir kriegen doch die Bombe nie im Leben wieder. Warum hat der denn? Menschen überleben nicht, wenn man ihnen in den Bauch schießt. Da ist. Wieso bin ich denn jetzt? Was soll denn das jetzt? Mein Gott ist so gut, gut, gut. Wartest du auf mich, wartest du auf mich? Ich bin rechts von dir. Oh, das sollte so sein. Ich wollte mein Revier markieren. Ja, finde ich... Oh mein Gott. Direkt, bist du am Geschütz? Ja, ich bin am Geschütz. Okay. Wir holen uns jetzt den Motherfucker. Ja, der kommt hier lang. Direkt vor uns. Ne. Oh Gott, hinter uns sind Leute. Achtung. Einer, ja. Der legt ja wahrscheinlich gerade Slams hin, Leute. Gerade Slams hin. Hopp hier, wenn wir mal. Ich laufe jetzt dem Typen zu Fuß im Ding. Er ist ausgestiegen. Ja, er ist ausgestiegen. Er ist tot, ja. Ja. Das meinte ich. Ausgestiegen. Ausm Leben ausgestiegen. Ausm Leben ausgestiegen. Ich tue Dinge. Wie du plötzlich von rechts reingefahren kommst. Und einfach quer durch den Zaun. Ja, so. Oh mein Gott. Ich darf nicht in der Third Person spielen, ma. Das macht mich alle. Au. Au, das war ja ein Tank. Ja. Ein Endrohr-Tank. Schon wieder? Ja. Der fährt natürlich auch nicht über meine Slams. Oh, mein Freund. Oh, weißt du, dann nehme ich auch mal einen Tank. Und holze ihn gleich mal direkt gegenüber. Obwohl ich gerade mal sagen muss. Der fährt gerade richtig schön weg. Du bist quasi unsere einzige Hoffnung. Wohin fährt er denn? Ich weiß nicht. Die Flugabwehr räumt mir einfach hier die Minen mal frei. Alter, ey. Da haben sie jetzt aber auch mit 500.000 Schuss auf mich geschossen, ihr blöden Penner. Komm schon. Jawohl, er geht sauen. Schieß. Sauber. Sehr gut. So, sollen wir bei dir einsteigen? Wow. Macht er. Ich auch. Oder ist jemand? Hab ihn. Ich bin gleich down. Okay, dann... Probier mal. Hier liegt noch irgendwo was rum. Egal. Brauchen wir mal das Beste. Ja. M-b-ra-be-du. Schreibt er was? Nee, er schreibt nichts. Soll ich durch die Halle fahren? Nee. Würde ich nicht machen. Ich würde... Möglichst nicht so... Wie, die Bombe wurde fallen gelassen? Wo ist der denn ausgestiegen? Ah! Der ist ausgestiegen. Oh, das gibt's doch nicht. Tja, man weiß es nicht. Nimm dir die Bombe, steig in den Tank und dann geht's los. Nee, nee, die Heli. Er soll in den Heli steigen. Das ist besser. Ist der Li down? Fast. Vorsicht, da sind... Kommt der Li nochmal hoch? Ja. Ich hab keine Ahnung. Der Li ist hoch. Ist er in den Heli eingestiegen, ja? Ja. Dann rase ich jetzt mal nach vorne durch. Ich mach das. Wee, wee, wee. Oh Gott. Die gewinnen, ne? Also, die haben eine... Eine downed. Boah, ist der bei... Bei Blowjob? Äh, ja. Mit der Bombe? Okay. Dann... Ich krieg's mal hin. Ich glaub, ich schaff das nicht mehr. Ich bin da. Ich schaff das nicht mehr. Ich bin tot. Das geht nicht hoch. Die entschärfen. Das wäre kacke. Ich warte bei Anna. Wobei, da ist noch einer von uns. Okay, dann geh ich hier. Oh, sauber. Haben wir sogar... Einsatztier, das hört. Sehr gut. Hast gelesen? Wir haben's, das hört. Da fände ich nicht drauf aus. Oh, ich bin mir eben fortgedaun. Nein, 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 nein. Überfahren. Alter, das ist doch mal wieder... Boah, was? Wie hat der mich getroffen? Ach so, von hinten. Boah. Dämmige Notte. Ach, Pasti. Ach, Franz. Du kleines Schnucki. Oh, du aber auch, mein lieber Freund. Wer hat denn die Bombe? Jetzt noch niemand. Noch niemand. Jetzt wurde sie geordnet. Direkt da. Direkt da. Wir sind direkt zuerst dran. Wir sind zuerst dran. Wir sind zuerst dran. Hier haben sie es zuerst gehört. Sehr gut. Der ist weg. Bombe wurde fallen gelassen. Ja, aber nicht mehr lange. Nicht mehr lange. Ich bin tot. Oh nein. Wieso öffnet sich der Fallschirm nicht? Und wieso kann ich nicht so ein Batcave haben? Womit ich gehen kann. Das wäre mal schön. Ich dachte, wir sind jetzt hier bei der modernen Spielsführung. Boah. Boah. Wuhu. Okay. Wo ist der Pieske? Was war das? Was war das? Mann. Fuck you. Nein. Oh, ich habe einen anderen getötet. Okay, scheiße. Ich muss weiterfahren. Weiterfahren. Ja. Sehr gut. Er ist down. Sehr schön. Ich bin tot. Wir haben sie. Ich muss raus hier. Wir haben sie hier, die Bombe. Oh, ich bin tot. Ah, ich hab dich da. Das ist gut. Ja, die Leute sind jetzt halt alle auch bei... Was macht der Mann? Wo läuft der hin? Oh, die haben jetzt das Auto durchgeklauert. Das hat mich aufgestellt. Tot. Tank. Achtung, Tank. Achtung, Tank. Tank. Achtung. Ja, ja, ja. Erstmal Kackauto. Kackauto tot. Ich bin tot. Der Tank zappelt irgendwie da mittendrin zwischen den Häusern rum. Ja. Ich weiß nicht, wo unser Mann ist. Ich weiß es auch nicht. Ich bin ja nicht. Ganz sicher. Mein Freund. Da fällt Upgrade verloren. Verdammt. Jetzt. Oh, scheiße. Oh, sie haben. Sie haben und wollen zu C. Ja. Bist du im Auto? Ich bin im Auto. Dann gib ihn. Ich gib ihm, so sehr es eben mit dieser Schrottkiste geht. Fallen gelassen. Niemand hat die Bombe. Ja, der ist wieder in. Oh. Mein. Gott. Ich hab einen getötet. Ja, ich bin nächsten. Ich entschärfe. Ja. Und? Ich fang die Kugel ab. Ich fang die Kugel ab. Ja. Ab ins Auto. Ich bin tot. Okay. Pass auf, der Sniper hat direkt eine rein. Ich hab die Bombe. Das sind so viele. Verdammt. Oh mein Gott. Verdammte Axt. Ich glaube, da ist niemand mehr. Da ist niemand mehr von uns. Da ist niemand mehr. Da ist niemand mehr von uns. Verdammt. Das sind so viele Leute. So viele Gegner sind da. Das ist vorbei. Ja, vorbei ist es halt noch nicht, aber... Naja, für den Punkt auf jeden Fall. Ja, scheiße. Wir haben nur noch vier Minuten. B ist... Oh, die sind links. Ah, hier links sehen wir uns. Ah. Oh, wer? Ist tot. Warum ist noch jemand? Ich bin nicht in niemanden. Ist auch tot. Oh mein Gott. Alter, sind hier... Die müssen doch alle gestorben sein gerade. Wieso sind die denn da alle noch? Das kann doch nicht sein. Hör mal auf, ey. Niemand ist gestorben, ey. Egal, die sind jetzt alle da. Sprich, wir müssen einfach nur jetzt einsteigen und uns die Bombe holen, weil die können ja so schnell dann nicht... Mann, da fällt mir der Baum in den Weg. Das gibt's doch nicht. Was ist die Gegnerische? Ja, ich weiß nicht, wo, wo der... Ist die Gegnerische? Boah, die sind alle hinter uns. Die sind alle hinter uns. Bombe. Die Bombe ist wahrscheinlich wieder unter, unter, äh, der Lagerhalle. Oh, der Feind hat die Bombe. Und der geht natürlich... Direkt Wege. Der geht Wege? Direkt geht der Wege, ja. Ich hab mal dir einen Flughafen weggeklaut. Versuch mich gerade mal ein bisschen... Lauf! 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 Schlampe! Was? Oh! Ich bin tot. Dieses Fick, 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 Fick Ding. Mit der Javelin hat er dich abgekabelt. Ja, ich verstehe auch nicht wieso, ich muss ja mal kippt gewesen sein, aber davon war nichts Mit der Javelin? Okay. Ich, ich kenne die Javelin jetzt gerade nicht mehr in... Die ist genauso wie in Battlefield 3. Dann, dann wird sie nicht mein Freund werden. Dann wird sie wahrlich nicht mein Freund. So, wir haben die Bombe und wir sind gerade unterwegs. Heißt also, wir müssen eigentlich alles töten, was so auf dem Weg hierhin ist. Oh. Da chillt er ein bisschen. Diese blöden Wichser, die immer Slams vor die, vor die gegnerische... Ich... Mag sowas nicht. Deswegen, ich hab doch vorhin die Möglichkeit, einen Tank zu holen und das Ganze für uns zu entscheiden. Hab ich nicht gemacht. Motherfucker. Feier. Verdammt Shit. Wessen Shit? Naja, der eine hat doch... Ist doch direkt über der Base rumgeflogen. Oh nein, jetzt ist er im Tank! Ja. Okay, einer hat er drin. Warte, die zwei jetzt nicht. Sehr gut. Ah! Da war ein anderes Auto noch da. Ah, geht jetzt dauernd sehr schön. Oh Jan, komm schon nochmal! So. Der muss ja jetzt zu C fahren. Also das Ding ist verloren, aber ich will halt nochmal Action-Maction. Du kannst einfach bei mir einsteigen, notfalls. Ach du bist ja schon wieder drin. Ich bin... Ich bin... Ich bin wieder im Kack-Auto. Nur mobil. Wieso? Ich will C ein bisschen frei holen. Wie viel muss ich denn auf diesen scheiß Tank draufballern, ey? Au! Ich weiß nicht, aber er hat gerade was auf mich drauf, oder? So krass, ey. Wie die... Wie der Tank einfach fröhlich durchfährt, als ob nichts wäre. Alter, wie viel muss man dem denn noch reinballern? So, wir haben die Bombe. Okay. Bringt uns normalerweise nichts. Hier war definitiv noch jemand. Ich weiß noch nicht, auf welcher E-Mail, oder? Ist verloren. Mein Kill! Wenigstens habe ich noch ein gemessert. Das war knapp. Ich will die Bombe noch haben. Dankeschön. Om nom 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 nom. Hallo! Party Peoples! Warte mal, Tank! Tank? Tank! Tank! Das gibt's doch nicht. Na, dann leck mich doch. Für die fünf Sekunden. Weißt du, da hätten wir jetzt nochmal hier C sprengen können. Shit! She hat... Mann, das hätten wir gewinnen können, ey. Aber wenigstens sind die Teams einigermaßen ausgeglichen, muss ich sagen. Das ist echt schön. Ja, diejenigen, die die großen sind, verlieren halt, ne? Also, das ist wohl jetzt zweimal eindrucksvoll bewiesen. Statistisch sind das 100%. Das stimmt sogar. Ja. Musste ich jetzt kurz drüber nachdenken. Ja. Ich bin Level 20. So weit schon. Prestige. Prestige 20, ja. Ich bin schon zweimal durch. Ich hab die meisten Kills in dieser Runde gemacht. Wuuu! Ja. Aber bin auch am meisten gestorben. Mit... Oh ja. Ja. Mit Wolliholiker. Wir sind es echt größer. Und genau. Wie war das? Dass ich... Das cuid auf auf der Zeit zu. Das gehört dazu. Ist das das Herz. Wotarsind ist eigentlichthat ich. Das sieht schön aus proto aus. Das geht Unity.